hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen bauvlog der aktuelle stand anfang diesen monat ist das zumindest mein hof wieder frei von allerlei schutt ist im dachgeschoss haben wir das komplette gefache rausgenommen als es eigentlich komplett im kern das einzige was noch drin ist ist der alte fußboden und im erdgeschoss ist der vordere küchenbereich komplett ausgeschachtet und auch der hintere treppenbereich so weit ausgeschachtet wie es jetzt erst mal möglich war nach der ganzen buckelei im letzten monat haben wir uns natürlich auch ein bisschen urlaub verdient und den haben wir dieses jahr im centerpark in der eifel verbracht hier muss ich sagen dass das freizeitbad er für die kleineren kinder ausgerichtet war und für unsere größeren relativ schnell langweilig wurde weil einfach nicht so viel zu entdecken war grundsätzlich ist aber der park auch sehr sehr schön und wir haben da auch den galileo park in der nähe besucht der ist echt zu empfehlen und ab geht es wieder nach hause auf dem dach ging es auch wieder weiter die neue gaube hat die schalung die dachschalung bekommen und es wurde die konterlattung angebracht und hey wie sollte es auch anders sein auch diesmal steht schon wieder jemand auf einem gesperrten parkplatz wir haben uns dieses wochenende mit der zugangstür zur zukünftigen küche beschäftigt hier musste einer der ständerbalken stabilisiert werden das haben wir mit beton gemacht und auch gleich das bisschen mauer was dahinter gefehlt hat noch mit beton aufgefüllt außerdem haben wir den sturz versetzt damit er dann als türöffnung besser passt danach ging es daran diese ausgefranste sandsteinmauer zu begradigen mit styropor platten brettern und den säcken als beschwerung haben wir dann eben eine provisorische schalung gebaut und haben den ganzen hinteren rand mit beton aufgefüllt den haben wir dann wieder mit folie abgedeckt nachdem das alles voll war und haben den ruhen lassen und ja gelegentlich spritzen wir den immer noch ein bisschen feucht und decken den damit folie wieder ab damit er eben richtig schön aushärten kann und während der beton im erdgeschoss aushärtet haben wir uns der terrasse gewidmet als erstes hieß es hier gefühlte 1000 betonsäcke nach oben tragen als das geschafft war haben wir natürlich beton angerührt und den terrassenboden wieder mit beton aufgefüllt wie ihr seht ist das relativ hoch es waren knapp zehn zentimeter beton die wir da insgesamt an höhe aufgefüllt haben in dem treppenstufen bereich vorne ist ja quasi nur eine halbe höhe ausgebildet man sieht ja den die kante auch von dem alten fußboden und auf die höhe wurde dann auch die restliche stufe noch gebracht und wie soll das auch anders sein das nächste sommer gewitter hat nicht lange auf sich warten lassen so wie ich das sehe ist die unterspann völlig sinnlos wenn sie nicht ordentlich verarbeitet wird hier im unteren bereich ist er nicht in die dachrinne integriert also es läuft alles ins haus der anschluss der neuen gaube ist auch noch nicht richtig gemacht deswegen läuft da hinten in der gleichen kehle wieder rein die vorher schon probleme gemacht hat ein loch in die unterspannbahn wurde auch eingetreten wurde zwar verklebt keine ahnung ob das dann so gut hält auf jeden fall ist das der punkt wo ich dann immer denke ich hätte es vielleicht lieber selber machen sollen und bevor jetzt ein aufschrei durch die runde geht mein ziehpapa hat jahrelang als dachdecker gearbeitet wir haben uns nur für eine firma entschieden weil ich den aufwand mit gerüst ausleihen nicht betreiben wollte und dann die ganzen genehmigungen holen und sowas das war mir einfach zu viel und mit einer dachdecker firma haben die das halt quasi alles übernommen in der woche ging es auch an unserem dach dann weiter die neue gaube wurde von außen verkleidet auch der beton auf der terrasse ist so weit ausgehärtet dass ich mein ganzes zeug wieder drauf stellen kann mein oleander sieht aber echt unglaublich mickrig aus ich glaube ich muss den grundsätzlich zurückschneiden und weil auch im erdgeschoss der randstreifen ordentlich durchgetrocknet war konnten wir dieses wochenende damit beginnen den vorderen bereich zu betonieren das ist ja dann auch erst mal nur der rohfußboden und da kommt dann noch die dämmung drauf als nächstes geht es an der tür weiter die vom windfang ins hintere treppenhaus geht durch das wegstellen des fußbodens im windfang war natürlich die ganze konstruktion dort auch relativ instabil wir hatten ja den stahlträger schon mit einem mit einer sprieße abgestützt gehabt und jetzt geht es eben darum den ganzen sockel bereich unten wieder stabil hinzukriegen in den boden vom hinteren treppenhaus haben wir schlagdübel eingebracht damit dann eben der neue dieses neue stück boden eine sichere verbindung mit dem rest des bodens eingeht dann haben wir mit einem brett einfach nur die schalung gebaut und dann kamen bewährung und beton rein unser haupt wc läuft nicht ordentlich ab besonders beim großen geschäft also man muss immer noch mal extra nachspülen was natürlich ein haufen wasserverbrauch ist und ja der mayo geht davon aus dass die entlüftung halt nicht so richtig hinhaut und deswegen haben wir dann mal kurz fix die wand aufgemacht um eben an die verrohrung da hinten dran zu kommen mit einem zusätzlichen y stück kann man dann eben einen abgang geschaffen den wir für die entlüftung nutzen können dieses entlüftungsrohr aber auch irgendwo raus muss haben wir eben weiter oben auch noch loch in die wand gehackt durch dieses loch haben wir dann nach draußen gebohrt damit wir dann eben da das rohr durchführen können viel fummelarbeit für einen großen mann auf kleinem raum ob es jetzt wirklich was gebracht hat naja ich weiß nicht aber ich tue mal so damit die arbeit nicht umsonst war das loch oben in der wand hat der mario dann auch wieder verspachtelt so dass es nicht ganz so doof aussieht das loch unten bleibt erstmal noch offen falls wir dann noch mal ran müssen und als letztes projekt für diese woche widmen wir uns dem treppenhaus im obergeschoss hatte ich erst mal einen teppich ausgelegt damit es einfach ein bisschen schöner aussieht und der durchgangsbereich zum bad ist ja mit so einem stück laminat verkleidet gewesen die usb platte vor der treppe und den balken in diesem durchgangsbereich haben wir mit diesem bitum ansprich anstrich gestrichen und mit quarzsand abgesandet damit wir dann eine geeignete verbindungsschicht haben zunächst haben wir die schwelle im durchgangsbereich gemacht und das haben wir auch wieder nur mit einem brett eingeschaltet und ausgleichsmasse reingekippt nachdem die schwelle dann ausgehärtet war kam dann der rest dieses bereichs das war schon ganz schön uneben da musste eine ganze menge ausgleichsmaße trotz allem drauf richtung treppe ging es gegen null aber nach vorne zum zum wohnzimmer und zu diesem anderen durchgang war es relativ hoch und als krönten abschluss wie soll das anders sein hat es schon wieder reingeregnet auf meine dämmung drauf die über dem wohnzimmer sitzt ich könnte so kotzen aber wenn ich sowieso schon einmal da oben bin habe ich gleich noch eine ordentliche schwelle in die tür reingebaut das war's mal wieder für diesen bauvlog wir haben ja jede menge beton verarbeitet mal schauen wie es dann im nächsten video weitergeht wir freuen uns wenn ihr wieder mit dabei seid bis dahin tschüss